Ich kann ja sagen, ja bock. Alter, aber ohne Scheiß. Das klingt so geil. Die Helium-Stimme ist top. Die ist richtig gut. Helium-Stimme. Mit diesem sexisch-erzgebirgischen Dialekt, wenn du voll noch drauf anlegst, das klingt so gut. Haben wir ja nicht, wir reden alle Hochdeutsch. Damit hallo und herzlich willkommen zu... Ah, Wichert, Wichert, mit Speed-Turn. Guck mal, meine Möglichkeit. Spontanaufnahme gemacht, Leute. Spontanaufnahme, ich bin Jäger, die sind Hexen. Wenn es nicht 20, dann schmeiß ich was. Und wenn es was wird, dann schmeiß ich was. So geht es nicht. Ja, okay, da ist das spontan am besten eigentlich. Finde ich nicht in Ordnung, so. So, ich muss die zwei Banaus und suchen, das kann das werden, Leute. Eben nicht gespielt, dann haben wir gedacht, wir machen mal eine Aufnahme. Ist gerade Osterevent. Wobei ich Weihnachtskugeln behandelt habe, verstehe ich auch nicht. Ja, du kannst es ja auswählen, immer bevor du wirst, wo du schießen willst und so. Dein Jäger und äh, Hexen-Outfit. Oh, das geht los. Oh, es geht los. doch okay nein ich bin soweit gesprungen verdammt da haben wir ja ein bisschen einsaugen die hütte aber ich finde ich fand es mal geiler aber es ist nicht so cool so machen dass ich das was von jäger am sinnvollsten ist abwarten machen wir das video hat aber ganz beschissene verstecke das weiß ich noch nein das war der falsche item verdammt hätte jetzt gedacht es könnte so typische speedy vorsteck sein oder näher wo ist das schwein aber so einfach mache ich nicht alles war es war ich weiß noch das war halt relativ schwer alleine auch wenn ich da verurscht mich immerhin dumm sau oder das hat die halle kommen gut im deck ja 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 so gewisse seite noch nicht so verarscht hier werde ich finde wenigstens 50 jahre dauert was wir das werden ich war die komplette zeit brauchen ja nicht einen von dem mann ausfinden ich habe mal je gab ich muss sagen gespielt tatsächlich kommen noch eine große gruppe gespielt haben aber ich bin ja ich bin der beste jäger es ist aber schwer wenn du nur zwei hexen hast ja wobei wir vorgespielt haben wollte ich gar nicht schlecht habe ich schon mal gut gefunden konnte ich bloß ja nicht 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 alle machen naja sind unglaublich viel gegenstände die kleinen kerzen der ganze scheiß ist schon übel knübel aber ich habe mich freiwillig der schwein die im haus a klasse grund eingesperrt die sau da ist bestimmt ja das ist es halt war ein sinn leider wollen das bett vielleicht kommen wir raus noch mal gibt es nicht gibt es nicht weiter spannende runde ich bin an dem strand das war mal crazy sind das ja auch das war geil das liegen die klo schüssel alles kann man schneller rennen durch das kommt 60 kunden übrig wo ist das schwein nein ich bin ich bin lieb zu dir ich habe die ganze zeit nicht so kenntlich gegeben nein so aber nicht gewendet habe ich wieder geknallt jungen auch weiß ich muss den sieg nach hause bringen es hilft alles nicht wir werden auch mal dann jäger und hexte wechseln und wenn ich jäger macht werde ich eine ganz bestimmte stimme aufsetzen meine lieben freunde das machte du willst du bist ja gemacht die stimme da war der geil drauf die stimme das ist will sein das wird wieder schön das weiß ich nicht das stimmt natürlich nee du da ich bin die worsen im haus ich hab gewechselt ich von mir besen mal bräuchte eine blume ja wir haben das letzte mal schon gesagt dass wenn ab dann die 30 sekunden ablaufen machen wir uns irgendwie müssen wir also uns ein bisschen erkenntlich was machen halt weil das ist so hast du keine chance du hast ja ich muss mal ganz kurz an die einstellungen gucken war verfickt weil du schaffst es ja so kaum alle gegenstände zu treffen bevor die zeit abläuft so wenn du wenn ja wenn du auf denjenigen zu läufst und dazwischen drin wechselt hast du hast keine chance alleine dass du den findest ich glaube es gibt aber kleinere welten genau was machst du jetzt jäger oder ich würde jäger machen wenn ja wenn es okay ist so was habe ich da okay glaube ich das ja ich brauche auf alle fälle ist huhn da tun brauche ich beim jahr das auch noch nie so geil funktioniert aber ohne huhn ist es glaube ich stellenweise man alle spielbereit zu bekämen so vom jahr ist ganz losgehen okay wie konnte ich fliegen scheiße oder ja ich könnte ich brennen also gott hier das war doch ich habe ich noch fünf sekunden willst mich rollen also muss ich mich verstecken ich weiß nicht seid ihr bereit eigentlich nicht aber ich komme euch wohin soll das ist obwohl da mal der einsteig und meinst du bist du bist im x-gall die sauer treibende die ich glaube schei nicht da mal der einstellungen um ist ein geist ich bin ja nicht ich bin der hex und denkt man ja das ist das ist das ist richtig ist wie die ratten versteck ja obwohl es könnte auffallen aus müssen natürlich ist natürlich wissen sie was dabei müssen es auch mal sehen muss das muss sehen das ist richtig das meine ich ja so gut sei es ja ich habe auch immer ganz gut versteckt monika hat theoretisch durfte da kommt aber ich musste nicht einstellungen stellen ok sei dort unten der flunder ist nicht irgendwie auf drogen da hat so ein stimmverzeiheprogramm mit dem jahre stimmen ganz roboter piepselig und die zum beispiel und das ist ganz lustig eingestellt also hat meine brusthaare und vielleicht will ich die stimme da hat doch was genommen auf jeden fall zehn und so gut geht es ja kann ich das kann ich mich heilen kann ich mit dem ding unendlich rumfliegen dreckigen eine minute aber noch eine minute und 45 sekunden das ist ja schön irgendwas am himmel rum herrsinn lila was bin ich ach du hast du hast du eine drohne ok wo könnte der sein das problem ist das auch ein geiles ding aus tun will halt mit anschlüge ich habe es genau gehört was habe ich gehört es war so mit jump pad auf jeden fall 60 sekunden sind übrig mein lieben freundes das ist 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 da oben sein aber da schlägt das tun halt nicht oder das soll 30 sekunden ist wie dir sagen wir mal ein bisschen bemerkbar machen müssen geht das nicht daher kann ich das nicht machen ich dachte mit dem mit der drohne konnte ich das machen ok nein ich komme das hier raus oder echt jetzt ich bin ja nicht mehr auch rein also ich würde gar nicht wechseln das fliegende brot es kommt macht ok und das wirst du wieder mit das video machen ich bin ich durch die welt geflogen hat mich in das mittlere doch gelegt pfeife ich war auf vielen dächern obendrauf aber irgendwie ich konnte ich wechseln ich komme aus dem ich war bei dir am anfängerraum habe ich mich draußen als brot verkleidet und als du raus bist bin ich rein als brot ich muss mal ganz kurz zurück stellen ja ich bin ich bin jäger ich bin jäger 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 ja dann nicht gehabt auch die runde kann badem abwechseln ohne machen halt mehrere aufnahmen ich weiß ja nicht wirst du du vor hast genau ich hab einfach ganz gespielt habe ich gar nicht aufnehmen ja jongens bild kommt euch holen weiter kommen da kommt da kommt viel mehr ine ich das ist ja alles gut ich hab Nee, alles gut. Hallo. Na Gott, da fehlen. Na, das traue ich doch. Na Gott, da fehlen. Na, Ben. Flohmbau auch, geiles Versteck. Ich dachte, mit dem Geist, mit der Drohne kann ich mich dann wegworben. Oh, das geht nicht. Scheiße. Ich glaube, das war nur zum Umkuchen, wenn ich mich recht entsinne. Das merk ich. Das weiß ich, ich habe es sehr einfach. Das Video ist ja ein bisschen eine Pfeife. Was? Sock da und dann geht es ab. Hallo, Mensch, Junge. Ach, du hast dieses Geistding, ja? Ja, ja. Das ist das, habe ich auch immer gehasst, habe ich das, ey. Das war mies immer, ja. Das stimmt wohl. Ja. Wir werden auch mal noch da, also wir werden sicherlich einmal eine Aufnahme machen, wo wir einfach mal auf den Surfer bei anderen Leuten hüpfen und gucken, was da so abgeht. Ja, wie gesagt, das Problem ist, wäre mal, weiß ich nicht, ob das geht, ne? Wir können doch das Surfer auswählen und dann einfach auf den Surfer gucken. Achso, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wie das aussieht, wenn er das Teil in der Fresse hat. Da kommt doch so, da kommt doch Sumo-Ringer geflogen, ja. Und warum das Ding her? Hey, ja. Oh, oh. Hey, ich verstehe. Ich verstehe es trotzdem jetzt nicht. das auch das auch richtig geil das wurde jetzt neben das finde ich natürlich nice das wirst du wohl ist ich gebe auf erkundung nein ich bin so doof noch mal ja ich habe angst also ich habe angst spring doch die fettes aus macht doch nur los ja ja ich habe zu viel mist gemacht 60 sekunden sind noch übrig meine liebe kollegen und kolleginnen will ich eine pizza auf dem dach cool das fand ich auch cool das war cooles versteckte idee ich bleib mal kurz hier leute vielleicht theoretisch wäre es einfach aber du musst natürlich drauf kommen die pizza ist cool die wahrscheinlich würde ich mal nehmen wo bist du denn ein genauer foto eigentlich jetzt dann knapp die pizza auf dem dach fand ich ja lustig würde ich ausnehmen ja und ich habe jetzt eine runde so also welt wechseln okay kommen wir mal ja weiß ich muss nicht mehr machen wie kann ich glaube ich mir nie komme jetzt zurück das spiel geschlossen hatte weiter anpassen so haben wir mal ein berdekin und neue klamotter ja schön das nehmt immer borst hat geschlossen so sieht es nämlich aus doch mal jetzt eh neu sind würde ich mal sagen so viel ist da oder wir haben jetzt 16 minuten da kann man vielleicht noch eins machen ja und ich bin bei alle und muss noch mal gucken also ich bin da vor europa gegangen vorher ja so jetzt zufällig haben wir der ersten so noch zwei frei ist dritter europa 11 europa 11 also zehn von 16 genau okay wie die gefunden das sind drauf bei merks hängst kräuter kurz klasse jahr so gut muss ich den machen glaube ich glaube okay dass so es gibt es eingestiegen ne bitte bis zur nächsten länder sie müssen wir jetzt erstmal abwarten weil es genau also ich kann nicht mit spielen ich muss warten ich bin mit dabei bist du hex oder Jäger? Ich muss die Jäger machen. Guck mal, ob ich dich finde. Also ich muss zugucken. Ich muss auch Jäger machen. Ich habe auch Jäger gemacht, aber ich kann nicht. Ich muss jetzt ja auch warten. Wenn hier oben irgendwas... Oh, Alter. Das gemeint ist Verstecker. Ja, Vogel-Eier. Ist aber auch wieder auffällig. Wenn du auf dem Dach stehst, siehst du die Vogel-Eier, dann denkst du dir, hm, das sind diese Windräder hier vielleicht. Tiefen. Ja, die Windräder. Wir sind ja noch Zächsen da. Ja, noch vier Hexen. Weil ich mir jetzt ein Tab sei oder sowas. Ah, hier auch hier. Ja, vier Hexen. Aber Zuschauer sind drei Mann, mal sehen. Okay, die Welt kenne ich auch noch nicht. Also ich habe die Schaffung. 89, Alter, Schwede. Die Welt kennt sie noch nicht, die haben doch schon gespielt. Die hier, ne. Doch, doch. Die ist doch nicht. Das ist nicht richtig, aber hier. Ah, das ist ein Fake-Prob. Ja, die haben wir noch nicht gespielt. Ne, ich dachte, das wäre das Schloss, aber ist ja Quatsch. Ne, ich kenne die auch noch nicht. Aber die ist auch nicht so riesig. Oh, hier ist eine Runde gefallen gerade. Ja, hier drinne ist jemand. Aber was? Ja, Abne. Hier in der Ecke. Sau. Jetzt ist er weg. Also da ist gepackt in der Ecke dort drin. Mehr, da ist runtergefallen jetzt. Ist da wirklich hier unten? Ja, da ist irgendwo runtergefallen. Weil da hat die ganze Zeit oben auf den Ball geschossen. Das hat mir mal gezählt. Da hat sich auch geil aus der Ecke. Der Ball ist aber, also da ist wirklich nur eine übelst kleine Ecke eingepfercht. So, klick mal kurz rum, Leute. Ich lasse mal ein Klubor. Außer acht. Vielleicht sehe ich was. Wappel, der Kugel auf den Tisch auf. Jawohl, hab ich. Dreckig in der Ecke verstecken. Wichser. Nicht. Ah, du unten. Ja, haben wir so einen Geist im Getorn und da schlägt er durch beim Huhn an. Denke ich mal. Hier bei mir ist er noch hier genau bei mir. Aber wo? Wunder ist hier. Ja, dem komischen Kürbis drin. Nee, hier in der Uhr, der kleine Uhr. Darf ich nicht sagen, ne? Nee, ach hier, oh Gott, okay. Du, du hättest das nicht sagen, doch in dem Fall, ja. Aber ist egal, ja, das ist unser Team so mehr Bums. Außerdem bin ich eh Jäger gewesen, eigentlich. Also cool, aber coole Welt. Geht auf einer Größe, aber wieder Millionen Gegenstände, ne? Ja, das ist ihr sechs, ich extrem, also wirklich. Das hier kann man auch stimmen. Es gibt aber kleine Korten, große Korten und letzte. Okay, was machen wir denn? Grüne Waldbibliothek oder? Ja, ich könnte noch einen Sport zu langsam. Ah, sehr cool. So, was auf, ja, oh, alter. Ach, wir stoppen wohl alle als Hexen. Team alles wohl ist zufällig, alles klar. Ach so, okay, das ist auch cool. Bereit. Okay, ich bin Hexen. Okay, dann wäre es mal nie, was passiert. Das finde ich aber eigentlich ganz nett. Das ist cool, ja. So, Leute, also ich bin Hexer, was hat er dir? Ich weiß, ich bin noch gar nichts, ehrlich gesagt. Dann wird es noch vier Sekunden, drei Jahre. Dann wird es auch noch 30 Sekunden. So, ich dachte, sieht man jetzt schon, wenn man mal auf der Welt rumfliegen kann. Ich bin Hexer. Ich bin Jäger. Bist du ein Jäger, oder? Nee, ich bin Hexer. Was? Ich los ja mit den, mit den, oh, scheiße. Warum hängen wir mal fest? Verdammt. Vor allem konnte ich nicht irgendwie fliegen mit der Hexer. Äh, ja. Okay, das soll man wissen, wie es geht. Oh, ja, da gab es auch so miese Verstecker, alter. Da gab es auch so richtig geile Verstecker. In dem Ofen und so, weißt du noch? Oh, alter, das war so miese. Das mache ich auch. Kann ich das? Ne. Das Problem ist, die Leute, die sind ja alle nicht ganz dumm. Ja. Ich habe mich, ich habe mich als Kerze versteckt hinterm, hinterm Feuer im Ofen gelegt. Aber das Blöde ist natürlich, wenn das Huhn jetzt anschlägt, brauche ich einen blauen B. Ja, gut, ich kann mich wegspitchen, wenn sie es nicht wegschießen. Oh, das ist auch geil. Im Kamin ist schon Assi eigentlich. Daddy's door, door, door. Daddy's door, auch ein geiler Name. Kann ich auch, kann ich noch hören? Ich finde cool, dass du, dass du auch bei Lampen und so halt das Licht an machen kannst. Das ist halt cool. Ja. Also, die normalen Lagerfeuer ist eigentlich wie du bist Assi, Leute. Aber wir haben das schon öfter mal gespielt und haben festgestellt, das ist halt, wir Flotersort, die sind ja nicht blöd. Und viele wissen das natürlich auch, das ist ja durch... Komm, da ein Bild drauf an, was du für einen Gegenstand hast. Wenn du eine Kerze bist im Lagerfeuer ist natürlich... Ja. Auch immer schwierig, aber man sieht mich nicht, glaube ich. Aber das Huhn kann natürlich anschlägen. Oh, der nächste Weg. Daddy's door, der ist sogar der Name. Wo wird es auch dunkel, Leute? Oh ja. Ich wurde entdeckt. Nein, ja. Stammt! Ah, ich konnte nicht mehr wechseln, verdammte Scheiße. Ich habe ja gesagt, Leute, das meine ich, ne? Das ist einfach vom Kamidum reingesprungen. Hä, jetzt bin ich Jäger? Naja, das Modification, oder wie das heißt, das ist dann sozusagen, dass du... Ah, Gott, haben sie mich. Äh, wenn du halt geschnappt wurdest, dass du dann als Jäger weiterspielst. Ach ja, stimmt, stimmt. Das war aber cool eigentlich. Ja. So, der Speedy ist also Jäger von Anfang an gewesen, oder was? Bju. Okay, das heißt, wir suchen jetzt noch zwei Hexen. Okay, das ist ja überschaubar. Das ist ja an sich überschaubar. Hä? Da muss was sein. Bei dir muss man sein? Ja. Da gibt es eine ganze Zeit. Okay. Das ist... Ich finde es nicht. Da war es eine Stimme wie du. Lacht mich schon, genau, was? Ja, noch im Kamin, wie du vorhin. Naja, hab ich da schon versucht habe ich auch hier. Das ist immer noch das Bild. Ja, noch ein Bild. Ja, hab ich. Hab ich. Hab ich. Ich hab noch einiges. Sehr geil. Sehr geil. Aber das Speck. Machst du das wie? Naja. Ne, du bist da gekillt. Naja. Ich hab mich gekillt. Was, Finnelly? Alle? Lol, finally. Weil der alle auf das Bild eingebracht hat. Also. Da musst du einen Nahkampf machen, im besten Fall. Weißt du was? Wie geht das? Bei mir ist das rechter Stick. Bei euch müsste es eine Nahkampf geben. Weil ich zum Haus gerade rein drücken. Ich hab noch hin. Bei mir ist er noch. Bei dir ist er noch. Oh, was hab ich jetzt? Ich hab ja, ich bin verwirrt. Pils im Fall. Okay, beim Haul, alles klar. Ich komm. Bei mir ist er hier. Wo bist du? Da draußen. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut gemacht. Ja, nice. Schön. Der Jack Pirna hat noch erwischt. Aber wir haben es geschafft. Ja, die Jäger sind gut. Die haben mich echt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich gleich findet im Feuer. Das ist aber zum Beispiel, ja sowas. Ich finde diesen Modi, wenn die zur Jäger werden, schwieriger. Also wenn du jetzt keine Ahnung von Anfang an hast du drei Jäger und die wechseln nicht. Dann ist es halt was amarsch, als wenn am Endeffekt, keine Ahnung, 16 Jäger rumrennen, weil irgendjahr noch findet dich halt einfach. Ja. Oh, ein Schnee fährt jetzt schön, schön, schön. Leute, alles über 20 Minuten ist? Absolut schön. Wir haben 25 Minuten, bin ja eigentlich ganz froh, dass du es aufgenommen hast. Ich hoffe, es dort klappt. Ich habe keine Testaufnahme, Leute. Also entschuldigst, wenn es nicht ganz perfekt ist. Aber macht mal wieder Spaß. Haben wir lange nicht gespielt, wo ist Zeit? Ewigkeiten nicht, auf jeden Fall. Aber auch da, Herr Zillmer oder so, kann man ja mal sagen, ne, falls irgendwelche Leute in der Community mal Bock haben, mal eine Runde zu zocken, so kann man das ja auch mal machen, ne. Also bei dem Spiel auf jeden Fall. Ich bin Jäger. Du bist Jäger. Wie geht das gleich? Was möchte ich denn sein? Wie konnte ich dir die Geräusche machen? Ich weiß nicht mehr. Geh, hör, ne. Leute, ich klage euch mal. Ich klage einfach, ich klage einfach, ich klage einfach, ich klage einfach, ich klage einfach. Ne, ich klage einfach einfach, ich klage einfach, ich klage einfach, ich klage einfach, ich klage einfach. Das ist die Statistik. So, geht's los, ja? Ja, es geht los. Und das Spiel beginnt, oh, Alter, mal hängig fest. Auch eine schöne Welt. Ah, mit Shift wurde es, okay. Hä? Nein! Verdammt! Ich hatte ihn aber, ich konnte da drauf schießen. Aber der andere hat ihn geschnappt. Sehr gut. Ihr Schweine, der. Los, Huhn! Flieg und Sieg! Ja, der Büchlein alleine ist das typischer Speedy. Typisch der Speedy, der Buch, der Bücher nur. Kriegt auch nichts an hier, okay. Krass! Au! Nein! Ich hab's echt schwer, oder? Mich haben so... Da nimmt man das wechseln nicht an, könnte es sein. Ja, hatte ich vor. Na, ich wollte halt beim Kamin gleich nochmal schnell wechseln und es ging aber nicht. Ich hab gedrückt wie ein Blöder, aber es ging nicht. Du musst doch mal gucken, die Rechte-Wilder-Leiste muss voll sein. Na, die Mona-Leiste, ja. Wenn die nicht voll ist, dann... Oder es kommt drauf auch, welchen Gegenstand du wechseln willst. Das ist immer unterschiedlich. Ach, je größere Gegenstand, desto mehr brauchst du ja. Genau, genau. Oder was für ein Spell du halt da machst. Es gibt ja diese, wie gesagt, diesen Loomich, den ich hier geschmissen habe, oder so, und die brauchen ja verschiedenartig viel Mono. Also, ich bin jetzt ein Hexer, ich hab's auch mischt. Äh, ich bin jetzt ein Jäger. Ein Jäger bist du. Ja, es ist... Bei vielen Jägern finde ich's echt schwer. Da musst du echt was finden, wo du das nicht... Wo du das Modification halt nicht hast, und sonst halt, was weiß ich, so und so viel Jäger. Ja, aber es ist an sich cool, dass du eigentlich dann weiterspielen kannst. Also es hat so... Auf der jenseite coolen auf der anderen Seite macht's aber als Hexe, das ist wirklich sehr schwer. Es macht's sehr schwer. Na, war einmal der irgendwann halt, der zu jetzt letzte Hexe scheint ziemlich gut zu sein. Hier ist hier, ist hier ein Krug. Ein Krug. Ja. Habt jetzt wieder getroffen. Dreimal. Da war oben auf dem Dach. Ja, hab ich gewohnt, dass sie auf dem Dach sind. Ich hab ja einen Greifogen, da komm ich ja gut nach. Ja, ich komm da halt nicht hin. Das Brett war geil gewesen. Ich bin zu fett. Ich halte jeden Jäger. Ich muss zu fett sein. Und die letzte Hexe. Boilensstick. Das macht doch mal ihr Hochmensch verflixt. Der Eulenstick. Hier ist ein Diamant um drauf. Ach ja, da ist solche Gegend. Ich dachte, dass es selber wurde. Alter, wie es alles einfach wegschießen. Ja, es ist halt... Meistens sind die Leute halt dann in irgendwelchen Dächern oder sonst irgendwo. Ja, ich glaube, dass da jetzt einfach wechselt, weil du hast ja halt unglaublich viele Gegenstände rumliegen. Jetzt wird es halt echt schwer, ne? Das rauszukristallisieren. Ah, okay. Oh, schick. Es sind aber viele Jäger. Junge, 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 Junge. Ich muss sagen, am Ende der letzte Hexe hat es dann echt schwer, ne? Weil du hast dann kaum noch eine Chance, dich zu verstecken, ja? Ja. Alles klar. Alles klar. Also du musstest wirklich relativ oft wechseln, eben. Ja. Nächste Belohnung. Ist ja geil. So, jetzt haben wir... Oh, das ist auch ein schönes... Oh, Alter. Was ist das hier? Future Map von... Ach, das sind selbst gebauten Maps? Cool. Oh nein, die wollte ich wählen. Verdammt. Vielleicht haben wir sie auch. Ich glaube es nicht. Ne, schorte. Ach, kacke. So, haben wir unsere Pizzawelt. Ja, seht das, Leute. Oh, das war da... Oh, das ist auch mit der Masse ein Spielhaus. Das ist schwer jetzt. Oh, das stimmt wohl, ja. Oh, wow, wow. Die sind halt auch nicht so einfach zu beeindrucken wie wir, ne? Das jetzt sagst du, legst dich einfach bei die Jäger hinten rein als Brot. Das wird nicht funktionieren, ne? Naja, weil es halt so viele Jäger sind, ne? Ja, die haben ihre Fähigkeiten halt echt gut drauf. Ich bin Jäger-Scheiße. Ich auch. Ich auch. Ne. Da bist du dran, Junge. Da bist du dran, Junge. Da bist du dran, Junge. Da bist du dran. Ja, guck mal. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Ich bin Jäger. Hey. Ich bin Jäger. Das sieht auch geil aus dem Typ. Guck mal cool aus. Alter. Auf dem Dach, bei uns ist da jemand. Oh, wie ist alles einfach wegbomben. Ich sehe ein ganzes Haus, wo es fliegt. What the fuck? Ganzes Haus durch die Luft geflogen. Echt? Wirklich? Zu kompletter, zu kompletter Gebäude. Zu kompletter Gebäude. Buggy. Ohne Scheiß. Habt ihr bei uns gefunden? Hier unten? Ja, hier fliegt ja ein Rimm. Warum? Hier kommt das Gebäude hier. Ja, ja, ich sah es da hinten. Ich habe das Schwede. Ich habe das weggeknallt. Das war ein komplettes Rieses-Geriesengebäude. Das ist geil, das ist da weggekommen. Geht das, ja? Ich glaube, das war... Also ich kann das nicht vorstellen, dass das wirklich geht. Oder sind spezielle Gegenstände, du kannst ja durch Events und so Zeug freischalten. Also ich kann es also... Oh, hinten ist ja noch bei mir. Bei der Heuballen. Da fliegen ganz viele rum. Das ist ja noch. Das ist ja noch. Das ist ja noch. Auf jeden Fall. Irgendwas da drin. Da nach. Der Schwein, wo ist er? Genau. Ja, aber auch Bomben. Was ist da? Ah, eine Scholle. Ich hab eine. Jawoll. Ja, ich habe noch einen gesorgt, ich habe da weggekommacht. als zehner gegenstand hältst du hast doch nur desto größer gegenstand desto mehr hältst du aber kennen wie gesagt wir können ja dann einfach mal ein server machen wo es bleibt aber ich finde es mega cool mal wieder ja einfach macht es schon so ganz lustig finde es cool dass dann nochmal wechseln kannst du noch bewahrer spielen wenn du dann raus bist du da raus das ist richtig tja wie viele jäger sind wie viel sind sie ein einziger naja haben sie ja aber bis jetzt an historien wollte heute hexen gewonnen naja ich sag das ist was bei der welt ist aber sehr schwer weil du hast 1000 gegenstände aber aber ich habe es nicht geschafft ich habe meine freunde harry schlosser quarts wurde gebaut aus lego da gab es eine rote runde und unter anderem mit also hier gamersprache zur abkürzungen was bedeutet das na und da steht gerade da db was soll das hessen aber festgestellt dass wir das nie benutzen und eigentlich keine ahnung haben da b oder d d d d ich weiß nicht gut das ist es cool oder was heißt das schreibt rein einzeln keine ahnung gg wäre jetzt so aber eben das hast du aufnahmen gesagt das ist etwas kennst du bist eine hexe ich auch nicht auch und jetzt ist wieder die welten für den creator typen sind aber wirklich gut richtig coole welten aber übel schwer oder was versuchte sich ja verstecken aber es gibt einfach so viel ja aber du bist ja nicht im letzten letzten hinten kam ja renten noch eine hax rüber steuig scheiße ich hab glaube ich kann mir um uns in so verfickten gegenstand rein da gibt es kein dreck alle da haben wir richtig scheiße gebaut jetzt wird der dauern wie ich habe mich gesehen verdammt ich bin ein morscher mast kann ich noch kann ich noch jetzt ich könnte noch wechseln scheiße und noch was bist du ja sie ist ob das auch geiles ding was hält bestimmt auf kacken verziehlich jetzt kommt jetzt konnte ich war ein boot ich wurde zu groß und komplettes boot kranker jäger naja mal eine runde als hexte gewinnen würden also sich der ganze konnte sich der ganze gar nicht sich noch mal neu orientieren also wenn ihr auf die schießen bis auf dem hauen treffer zum anfang der aufnahme wo wir wenn wir zu tritt aber so du machst halt mal bitte flachs ja aber hier kann ich hier kannst du dich halt gehen zentimeter ich habe mich bewegt von firma obwohl da hätte mich das so gefunden ich war einfach überfordert mit dabei ist dass das da ist keine chance das sind aber sobald die in deiner ecke sind und wissen dass du dort bist ist vorbei die machen unglaublich schnell schauten hacker stehen ja die scheinbar neues zeug im chat 1 im chat die mono poster das ist mit einer poster das probleme oder ist okay bloß nicht dabei kann jetzt schon sagen so kreator werden die sind auch nice aus ja leute das geil das machen deine wahl ist familie im valley letzte letzte sache für die letzte aufnahme für dieses jahr leute erklärung wird angeschlossen ich danke euch das zu sehen bis zum nächsten mal wir haben noch haben 37 minuten gespielt schon deshalb jetzt letzte runde ich habe ich bin verpasst jetzt also das auch also so geile dinge wie hier leute die katzen das ist schon cool aber das problem ist halt dass das weisheit das ist die frau also ich wüsste natürlich kennt die maps ja sind ja die sind ja von typen ausstellt hier keine ahnung was sie da brauche ich bin ich ja also das muss ja ich glaube ich kann eigentlich auch mega gut gemacht hast du mir sagen dass sie bei gold wird gesorgt wir haben sich machen wie komme ich hoch verfickt noch mal scheiße ja noch weiter hoch nein nein kommt schon springt du fecker auch du trecksack ich habe verkackt jungs ich habe es dort verkackt schon wieder nicht aus so eine elende scheiße ich bin bei ich bin genau bei die jäger gespawnt auch schön fag oh gott ich habe gemacht dann als gegenstand los nein da ist einfach zu gut ich bin gleich verrückt ich wurde gefunden ich wurde riesengrippe also wirklich gigantisch und genau ich wusste aber nicht ich kenne ja ich kenne ja die karte nicht und genau wo ich stand da war ausgang von den jägern weil sie kommen raus und ich stand vor denen das war ein bisschen unglücklich ich riskierst leute scheiß drauf fuck fuck komm springt du assi oh das riech das riech assi versteckt vielleicht habe ich schweinen kann ich will bescheißen danke lieber creator dass du das hast zugelassen jetzt wollte ich was sagen ich bin aber das war richtig kacke gewesen aber das ist eigentlich trotzdem mit die hühner und so ist das eigentlich aussichtslos ne ich verstehe trotzdem ich weiß dass du den geist machen kann sondern kannst du dich woanders rein wurden aber das gibt bei mir nicht ich glaube das war aber nicht jedes item also ich glaube da gab es zwei verschiedene es gab immer das flug item wie drohne und dann gab es dieses war bei dem ich habe das von zwei verschiedene items da ist noch da 4 es kreuz mich ein liebes an dass ich das nicht machen kann weil das wäre jetzt so geil aber ich weiß noch mal wie das ging wie konnte ich mich in so ein gegenstand rein wohnen geht doch alles scheint aber nett offen das auf keinen dach hier oben was ja auch cool gemacht hat mir gefällt mir ist gut also das respekt an dich lieber creator schönes ding echt schönes ding hier ist jemand bei mir ganz bestimmt die spitze hier nehmen aber ich komme ja nicht hoch aber ich sehe es bei dir ist jemand ja absolut ich hoffe es nicht leute ich hoffe dass das spiel bescheiden kann wenn es noch ein paar hexen überleben vielleicht mal der letzte überlebende hexe bin dann finden sie mich auf jeden fall weiß ja alle noch mehr suchen aber bis dahin das problem ist halt da du kannst ja nicht so genau denn da also kratzen bei ja du kannst auch nicht sorgen ich muss nicht habe ich verorscht da der fake trocken die müssen obwohl er ist noch da ja du kannst auch nicht sorgen dass du dorthin gehst wo die jäger schon wo es bringt nämlich nichts wo scheiße jetzt kommt da noch was ich jetzt ganz große schwein habe aus habe ich bestimmt nicht bei mir sehr neu ich trafene hätte ich bin zu beschissen okay ein schuss wo ich weg ja gut es war das wort zu einfachen da ist die ich glaube da lag auch noch einer neben mir ich bin noch nicht sicher ob das jemand wo es ist schwer ich wüsste nicht wie du das wahrscheinlich haben wir auch falsche zeug aus muss ich wüsste nicht wieder ich habe ihn gefunden ich wüsste nicht wieder das schaffen soll es da schnell genug weg zu kommen du musst halt das gibt es gibt ja die pilze und sonstiges zeug ich aber du musst du musst dabei klicken klick einfach anders schlutz ich habe die da komplett die falsche items ausgerüstet also das was ich als hexe habe ist absolut ich sehe ich sehe ich bin jetzt oben ich brauche morgen verfickt gibt man noch mal nach oben drauf ganz oben auf so ein aber da komme ich aber gewonnen tatsächlich hat er mal gewonnen schreck aber weil wir einfach nicht hinkommen also ich habe es gesehen und war aber zu spät aber wenigstens haben wir gewonnen ich habe machen mausekacke fahrer geschildert geil so schön ich gehe raus zurück zum hauptmini erst mal zum hauptmini auch noch mal hat spaß gemacht können wir auf jeden fall wieder machen wie gesagt schreibt rein wenn man eine runde spielen wollt kriegen wir das bestimmt mal hin obwohl unser zeit ist bisschen begrenzt also auch nicht erwarten dass es dann gleich morgen los geht ansonsten danke für die coolen runden heute bis zum nächsten mal und tschüssi tja ich hoffe ich hat es gefallen und was ich auch definitiv nicht suchen müsste ist der like button der erst direkt im video einfach mal drauf drücken und schauen was passiert diesem sinne bis zur nächsten aufnahme tschüss tschüss